Schnelle Finger gleiten über das Papier, Guillaume Brueur ist völlig in sich versunken. Mit lauter Musik von seinem MP3-Player auf den Ohren zeichnet er wie im Rausch. Seine Vorlagen sind die Werke von Paula Modersohn-Becker. Es ist keine Utopie, sondern die feste Überzeugung, dass Paula noch etwas von ihr am Leben ist und das möchte ich besuchen. In Rekordzeit zeichnet er Bild um Bild. Nicht um sie zu kopieren, sondern um sie neu zu interpretieren, wie er sagt. Genau das haben schon viele Maler vor ihm getan. Das gab es schon immer. Ich war unter anderem auch deshalb froh, weil Paula Modersohn-Becker das ja auch gemacht hat. Sie ist in den Louvre gegangen und hat da alte Meister studiert und sich die eben damals angeeignet. Genauso macht Guillaume Brueur das heute. Seit acht Jahren lebt Brueur in Berlin. Gearbeitet hat er schon im Louvre in Paris und im Kunsthistorischen Museum in Wien. Er selbst war es, der sich für Bremen entschieden und beim Museum angefragt hat. Für mich Bremen bedeutet Paula sowie London bedeutet Francis Bacon. Ich bin ein bisschen ein abgegrenzter Tourist. Brueurs Zeichnungen sind vom 6. November bis zum 4. Dezember in der KD Kunstgalerie in Wallhöfen zu sehen. So kommen Sie zur splendore。 Hier 2. Dezember in schwer ge Speech shoot. Vielen Dank.